Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice Madness Returns. Wir befinden uns immer noch auf der Suche nach der Raupe. So, und jetzt fliegen wir mal hier nach oben. Oh, das sieht nach einem Kampf aus. Jawohl. Dann kämpfe mal ein bisschen. Oh, ausweichen. Ja, okay. Oh, das war's? Ja, Leute. Ihr habt mein schönes Steckenpferd hier ins Gesicht bekommen, ne? Schön mit dem Einhorn. Mit dem Horn ins Gesicht. Okay. So. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach der Raupe. Und hoffentlich finden wir sie... Ja, wer sagt's denn? Was ist denn dort? Okay, uns erwartet auf jeden Fall wieder ein Kampf. Oh. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr werdet jetzt bestimmt viel lachen, weil ich jetzt unglaublich verkacken werde. Ich kann Rotkäppchen rückerz. Ich kann das einmal eins bis zur elf. Ich, ich habe jede Menge Verstand. Wirklich? Überzeugt mich. Um die Sperre zu beseitigen, wecke den Frosch und leere seinen Magen. Das da wecken? Was ist mit seiner Zunge? Und den ganzen Warzen? Und woher weißt du das? Ich sah, wie es geschehen kann, während ich schlief. Oh. Oh je. Okay, wir haben ihn bekloppen. Oh. Hallo, mein Schatz. Oh ne. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Ich glaube, ich kann die gar nicht finden. Oh Gott. Oh Gott, ich habe doch, ich bin ausgewichen. Richtig unnötig. Oh. Falsch Richtung. Ach, unnötig. Oh, komm. Ah. Uh. So, jetzt. Nein. Ach, komm. Komm, 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 komm. Ah, ich hasse das, wenn er das macht. Na, komm. Oh, ich dachte schon. Okay. Okay. Oh, ich muss auffassen. Oh, oh, oh. Das fass ich auch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mein Gott. Stirb. Kannst du mal bitte sterben? Ach, komm. Oh, oh. Oh, nee. Ach, komm. Ach. Ich habe sie gestört. Sehr schön. So, ich muss ja jetzt nach oben. Ah, es leckt. Wie komme ich denn da hoch? Ernsthaft? Wie komme ich jetzt da hoch? Ach. Ach. Warte mal. Ach, warte mal. Kann ich das vielleicht mit einer T-Kanone machen? Kann das vielleicht sein? Oh, ja. Wer ziehen kann, ist klar ein Vorteil, ne? Ja, okay. Ja, mhm. Dann weiß ich Bescheid. Ach, geht mir nicht auf den Sack. Meine Güte. Ja, 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 ja. Ach, geht doch. So. Halleluja. Wenn ich den Gong schlage, wacht er bestimmt auf. Oh, da war jetzt eine schwere Geburt. Okay. Ja, daran habe ich jetzt echt nicht gedacht, muss ich gestehen. Ähm, dass ich die T-Kanone dafür benutzen kann. Hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen. Aber, hey, ich habe, ähm, Hysterie nicht gebraucht. Das, äh, ist doch schon mal was Gutes. Hier haben wir eine Erinnerung. Meine ich. Ja, nein, eine Flasche. Eine Flasche. Huch. Nein, da ist nicht C, da ist Q. So, die nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, warum er es leckt. Und es ist sehr unangenehm. So. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte jetzt überhaupt keine Probleme mit dem Spiel. Uh. Du hast aber was gegessen. Mein lieber Mann. Oh, du bist ja hübsch. Du bist vor allem süß. Hallo. Können wir zu dir hoch? Bestimmt können wir nicht zu dir hoch. Nein, warum auch? Oh, das ist ja cool. Was ist denn das da oben? Bringt das was? Oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Schade. Aber ich möchte noch mal mit ihm sprechen. Vielleicht können wir da hoch. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Du hast aber Riesenaugen. Mein Freund. So. Nee, anscheinend können wir hier nichts mehr machen. Schade. Ich hätte gerne mal mit ihm gesprochen. Oder mit ihr. Weil man weiß ja nicht, ob ein Männlein oder ein Weiblein. Aber wir können auch... Wo können wir jetzt eigentlich hin? Ähm. Was hat er uns aufgemacht? Ach, da hinten. Jetzt können wir hier lang. Natürlich, das wusste ich. Ist ja alles so geplant. So. Die können wir kaputt machen. Okay, wann geht's denn da lang? Wartet mal. Ich mach jetzt mal das hier auf. Einfach umzuschauen, was es hier gibt. Okay, hier geht's anscheinend dann weiter. Geh ich mal jetzt hier hoch. Ah, okay. Das hab ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. So. Isowski ist am Start. Hier noch ein paar Zehnchen. Und eine Flasche und wieder so eine schöne Skulptur. Haben wir sonst noch irgendwas? So, ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Irgendwie kann ich mich nicht wirklich daran erinnern. So. Wer ist hier dann? Also ich kann jedem nur empfehlen, das Spiel zu spielen. Es macht echt Spaß. Vor allem der Kampfmodus. Also gegen jemanden zu kämpfen, das ist wirklich cool. Fast übersehen. Aber nur fast. So. Haben wir hier vielleicht eine Erinnerung? Oder ganz viele Zehnchen? Mein Gott. Ist alles hier versteckt. Oh. Oh, cool. Ah, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Ah, schön. Das ist schön. Irgendwie darauf freue ich mich jetzt gerade. Und das ist mal alles nicht so in Flammen. Aber also du... Oh, Wasser. Okay. Kommt da jetzt ein Pilz? Ah, nee. Gut. Huch. Hä? Ach, das kommt nur manchmal. Oder? Ja. Okay. Aber ich habe dort hinten was gesehen. Nee, da kann ich nicht drauf. Alles klar. Gut. Ich dachte, da oben wäre noch eine Wolke, wo man vielleicht drauf gehen könnte. Aber kann man nicht. Gehen wir hier lang? Oh, hört mal das Meer rauschen. Das ist so angenehm. Wartet mal. Bevor wir da nach oben gehen, möchte ich gerne noch nach rechts gehen. Ach, das ist wieder so eine Kacke. So von wegen. Hahaha. Wo gehen wir denn? Rechts? Links? Geradeaus? Was haben wir denn hier? Wartet mal. Wenn ich den schiebe, dann kann ich da nicht mehr runter. Warum sollte ich den überhaupt verschieben? Dann würde ich mal erst nach rechts gehen. Wartet mal. Irgendwas läuft hier verkehrt. Ich glaube, das ist der Hauptweg. Ja. Nee, dann gehe ich nochmal zurück. Entschuldigt. Ich bin mir bei sowas einfach echt nicht sicher, weil ich das... Ich habe... Natürlich falle ich direkt da rein. Wie könnte es denn auch anders sein? Ah, meine Güte. So. Springen wir mal rüber. Aha. Was... Was bringt mir das jetzt? Hä? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich da hätte machen sollen. Wartet mal ganz kurz. Ist da noch irgendwas? Oh, na toll. Klasse. Ja, ja, ich bin mir immer nicht sicher, ob da vielleicht irgendwas versteckt ist, was man finden kann. Aber anscheinend lag ich falsch. So. Huch. Ah. Oh, nötig. So, ich kriege das noch hin. Ah, jetzt sind wir hier. Was? Was? Das ist schon an mir vorbeigerollt. What the fuck? Hallo? Oh, natürlich. Natürlich. Na, komm. Komm. Hallo. Oh. Das ist eine schwere Geburt hier. So. Die fallen jetzt bestimmt wieder runter. Jawohl. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Oh. Das sieht aber schwarz aus. Ähm. Ich habe so das Gefühl, da darf ich nicht dran knallen. Dran knallen. Vor allem, was ist das denn oben? Ah, da kann ich wieder raus. Hä? Und wo ist meine Rosenfarbe? Oder muss ich doch da drauf? Wartet mal ganz kurz. Nee. Nee, nee, nee. Okay. Oder bekomme ich die draußen? Ist ja jetzt mysteriös. Hm. Okay. Zum Verlassen hier. Dann mache ich das mal. Ah, okay. Perfekt. Hm. Sehr schön. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. So. Mal gucken, wie schön das hier aussieht. So schön. Nehmen wir mal mit. Yay. Wir bekommen ein Leben dazu. Oh, schön. Das Problem ist immer nur, dass die Monster dann auch immer stärker werden und uns ein Leben dann nicht wirklich viel was bringt. Also, es ist doch, man könnte schon sagen, es ist eventuell eine Win-Win-Situation, so von wegen, wir erhalten ein Leben und die Gegner werden dafür stärker und dann muss man einfach mal gucken, wer besser ist. Der Gegner oder man selbst. So, der erwartet uns der Tod. Ah, da oben müssen wir wahrscheinlich hinspringen. Sonst sieht das ja nach Kampf aus. Ja, also, wie gesagt, ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich jetzt nicht so viel aufnehmen kann und jetzt auch nicht so viel aufnehmen werde in den nächsten Tagen. Deswegen bitte entschuldigt das mit der kurzen Zeit. Aber wie gesagt, ab 2. Januar läuft alles wieder normal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht noch ein bisschen Spaß und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssi.